Hi, ich bin der Martl und ich darf euch begrüßen zu einer neuen Review hier auf Penread Music und heute geht es um das neue Album von Vincent Weiss, Endlich Ankommen. Es ist das vierte Album von Vincent Weiss und wenn man dieses Album zum ersten Mal gehört hat, dann stellt man sich die Frage, wie viele seelenlose Tracks kann man eigentlich auf ein Album packen? Und die Antwort, die uns Vincent Weiss gibt, die ist zwölf. Zwölf, das ist wirklich sehr harte Kost mitunter. Es liegt einfach daran, dass der ehemalige Castingshow-Teilnehmer wirklich fast keinen Anspruch an irgendwas stellt. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt einen Anspruch hat. Jedenfalls lässt ihn dieses Album ziemlich weit im Ranking der generischen Deutsch-Pop-Größen nach oben steigen. Also Vincent Weiss ist jetzt mittlerweile schon fast am Zenit angekommen. Ich weiß nicht, ob er schon in die Max-Giesinger-Riege hinaufkommt, aber viel fällt nicht mehr. Trotzdem starten wir mal zunächst mit dem Positiven. Dieses Album dauert nur eine halbe Stunde. Das ist wirklich gut. Man freut sich, dass der Spotify-Algorithmus einmal etwas richtig Gutes getan hat und dass die Songs nicht länger als zweieinhalb Minuten dauern. Und trotzdem kommt der ein oder andere Song viel länger vor, als er tatsächlich ist. Also man ist da schon sehr dankbar, dass diese Kalenderspruch-Orgie, die Vincent Weiss hier abliefert, nicht länger dauert als eben eine halbe Stunde. Und das ist auch ein absoluter Beweis dafür, dass Deutsch-Pop, wenn er so generisch aufgezogen ist wie Endlich Ankommen, wirklich eines der mit Abstand schlimmsten Musik-Genres überhaupt ist. Also das ist wirklich ziemlich bitter. Dieses Album ist einfach nur willkürlich und dementsprechend auch langweilig. Es ist vollkommen egal, wie man die Tracks aneinander reiht. Man kann sie beliebig irgendwie herumwerfen. Es wird nichts Spannendes passieren. Es kommt keine Änderungen hervor. Also Herzschmerz gibt es natürlich. Es gibt Herzschmerz. Es gibt die großen Liebesbekundungen. Es gibt die Lust am Leben. Es gibt aber auch die Zweifel am Leben. Die Musik gibt es und die Fans, das sind alles so Themen, die Vincent Weiss hier sehr groß adressieren will. Also alles das soll Platz finden, ohne dabei auch nur eben in entferntesten Sinne eine Kante, eine Ecke oder irgendetwas, was nicht komplett glatt gebügelt ist, zu präsentieren. Es ist wirklich sehr bitter. Aber man muss auch ganz klar sagen, es wäre unfair, Vincent Weiss jetzt irgendwie, sagen wir mal, als schlechten Sänger zu deklarieren. Das ist er überhaupt nicht. Der Gesang ist ja wirklich anständig, er kann ja auch gut singen. Nur eben dieser Anspruch, dieses absolute Minimum, mit dem er sich zufrieden gibt, das ist schon zum Kritisieren. Also das muss man schon wirklich ganz klar sagen, weil, wie gesagt, ich bin mir nicht mal sicher, ob er überhaupt einen Anspruch irgendwie stellt an seine Musik. Also ja, man braucht vielleicht etwas Durchhaltevermögen, um endlich ankommen, tatsächlich auch in seiner ganzen Fülle und Pracht genießen zu können. Textlich ist dieses Ding nämlich wirklich ziemlich unterirdisch. Hat aber dann auch wieder so absurd amüsante Stellen parat. Er sagt beispielsweise, mein Leben ist wie ein Reifen, ich verliere mein Profil. Das ist schon im Opener irgendwie ankommen. Wunder gesehen ist an Austauschbarkeit wirklich nicht mehr zu übertreffen. Der Text ist nah an der kompletten Vollkatastrophe, am kompletten Ausfall. Er sagt hier, sag mir, warum träumt man, wenn man schläft und warum kommen beim Lachen manchmal Tränen? Der Sound dazu ist unbeschreiblich nervtötend. Und spätestens und wirklich allerspätestens bei diesem Track kommt man irgendwie dem Gedanken sehr nahe, dass das vielleicht auch von JGPD geschrieben wurde. Diese Texte sind wirklich brutal. Aber es gibt noch andere sehr schöne Beispiele, nämlich irgendwas tut weh in jedem Karton. Habe ich bis jetzt noch nicht verstanden, diese Line. Davor geht es um seinen Vater, dann geht irgendwas tut weh in jedem Karton. Okay. Und dann natürlich auch noch ein Highlight. Was ist das blauste Meer und die schönste Stadt, wenn ich kein Gefühl dabei habe? Eine richtig gute Frage, die er stellt in Halb so schön. Auch sehr cool im Sinne von überhaupt nicht ist dann der Track Hass mich, wenn du willst, wo Vincent zunächst sich extrem großzügig zeigt und überhaupt kein Problem damit hat, dass seine Ex-Partnerin ihm die komplette Schuld geben darf für das Beziehungsende. Nur um dann im Pré-Refreur drauf zu kommen, wie du bist, wenn wir zwei streiten und dass ich jetzt auch allein bin, bisschen schuld sind wir doch beide. Also doch nicht nur er schuld, er will dann schon auch gerne wieder die Frau als Schuldige da mit reinnehmen. Also nichts mit ganz großer empathischer Großzügigkeit von Seiten von Vincent Weiss. Der Track auch sonst, ja, schwierig. Aber auch das wird einem irgendwann egal. Dieses Album existiert, löst aber überhaupt keine Gefühle aus. Nichts. Keine Gefühle. Eine musikalische Belanglosigkeit reiht sich an die komplett nächste. Es ist der seelenloseste Deutsch-Pop, den ich seit langem gehört habe, beziehungsweise zumindest seit dem letzten Max Giesinger, Andreas Burani, Adel Taville oder was auch immer Album. Wie gesagt, Vincent Weiss schafft es jetzt da auch in dieser Riege endgültig angekommen zu sein. Und ich glaube, das ist eigentlich nichts, was man unbedingt haben möchte von einem qualitativen Standpunkt, von einem quantitativen und so weiter. Natürlich schon. Dieses Album könnte auf Platz 1 gehen. Das letzte ist auch auf Platz 1 gegangen. Er ist extrem beliebt. Er ist auch sehr sympathisch. Aber diese musikalische Vorstellung, die er hier präsentiert, tut eigentlich ziemlich weh. Also es klingt, als ob es aus der Dose geschrieben wurde oder von Chatschipiti oder von irgendwelchen Schimpansen aus dem Gelsenkirchener Zoo. Da hat es ja auch schon Experimente gegeben. Die hätten es sicherlich auch geschafft. Ich kann eben 1,8 von 10 Punkte geben. Ja, endlich ankommen in der Riege des generischen Deutsch-Pops. Das war die Review zum neuen Vincent Weiss-Album. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte liked das Video, abonniert den Kanal, schreibt es in die Kommentare, wie es euch mit diesem Album so geht, wenn ihr euch das angehört habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder bei einer neuen Review hier auf Penread Music. Bis dann wünsche ich euch alles Gute und ciao.